Na, da ist noch einer dran. Sehr schön. Und was haben wir denn hier? Eine Zerte, aber eine kleine. Immerhin eine Zerte. Also, Zielfisch. Ich bin heute hier schön entspannt mal auf Zerte unterwegs. Und was soll ich sagen? Also ich war jetzt schon irgendwie dreimal hier an der Stelle heute. So fing das Ganze heute an. Der absolute Hammer. Erster Fisch, erstmal schön eine Zerte. Guck mal hier, fünf Stunden schon her. Unglaublich. Danach Tauwurm als Köder. Bäm, bäm, bäm. Nur Barsche. Katastrophe. Nur die Barsche reingeballert. Ja, und dann ging es auf einmal wieder los. Auch da wieder zwischendurch mit den Zerten. Ich gucke gerade nochmal rein. Tauwurm, Mistwurm. Ich habe da ein bisschen rumgeändert. Dann ging hier auf dem Mistwurm auch noch ein paar Döbel da rein. Aber auch immer wieder die Zerten. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier, das ist schon ein paar Stunden her, dann habe ich jetzt gerade eben wieder hier frisch angefangen. Seit 17 Minuten. Und es ist so allerlei, allerlei Gedöns hier auch an der Stelle rauszuziehen. Also für mich hier gerade eine wunderbare Stelle, um schöne, also ich sage mal mittelgroße Fischis mit einem vernünftigen Gewicht und vor allem auch in ganz großer Menge zu ziehen. Und ja, bisher bin ich übelst zufrieden hier mit dem Spot. Einfach mal eine Stelle, wo man halt mit einer vernünftigen Frequenz, ja, ich sage mal auch, ich sage mal, wenn man gerade 20 geworden ist vielleicht, man hat noch nicht so das ideale Setup und es fehlen einem halt noch ein paar Kohlen, dann kann man sich hier ganz gut hinstellen. Wo ist das? Wir sind am Wolcho. Und das heißt hier eingestiegen, zack mit der Fähre eben rüber und dann hier einmal durch das ganze Schilf und Gedöns hier durchkämpfen und hier an der Stelle circa so 15 Meter rausgeworfen. Völlig entspannt und dann ballert es hier rein. Ich hatte vorhin schon mal reingeschaut hier nach den ersten, warte mal, wo haben wir es denn hier? 5 Stunden 20, also 30 Minuten hier, nach den ersten 30 Minuten kohlemäßig war das auch echt gut. Gut, also sowohl die Barsche als eben auch hier die mittleren Döbel und die Zerten, die bringen halt kohlemäßig wirklich ganz gut Schotter rein. Das heißt, wenn man mal hier mit seinem leichten Grundsetup steht und ja, da noch ein bisschen Kohle verdienen möchte, klappt es auf jeden Fall richtig gut. Ja, nicht zuletzt wegen einem der Z-Fische. Ich habe noch nicht auf andere Z-Fische probiert. Setup ist im Moment wie folgt zusammengebaut. Das heißt, ich stehe hier mit einer relativ dicken Schnur auch noch. 6,9 Kilo. Ich habe halt ein bisschen Schiss, gerade jetzt in der Nacht, dass hier eine Quappe reingeht oder vielleicht sogar einen Wels beißt oder weiß der Geier was. 6,8, 6,9 Kilo. Damit kann man ein bisschen was ziehen. Vierer Haken, also ein großes Gerät und einen dicken, fetten Tauwurm drauf. Und dann Gib ihm. Nichtsdestotrotz, also wenn nicht unbedingt Tauwurm. Es klappt auch der Mistwurm. Also auch da gerne mal mit dem Mistwurm probieren. Da haben wir jetzt gerade einen Mistwurm dran gehabt. Und da geht das Rotauge drauf. Ja und jetzt für mich natürlich noch die große Frage, ballern die Zerten auch in der Nacht rein? Geht da auch ein bisschen was? Oder sind die jetzt vielleicht doch eher tagaktiv? Das ist jetzt die große Frage. Und wie gesagt, sonst von den Ködern her, sollte das eigentlich schon ganz gut passen. Man könnte vielleicht sogar auch mit einem 6er Haken hier dran, also nicht ganz so riesig groß. Könnte eigentlich auch ganz gut funktionieren. Aber vielleicht sind dann die Zerten auch ein bisschen zu klein. Und ich meine, wenn sie schon reingehen, dann sollen sie halt auch groß sein und ordentlich Gewicht haben. Die gehen ja gerne auch hoch in den Kilo-Bereich. Und dann scheppert es eben auch richtig. Dann lohnt es sich richtig. Ja, ich würde sagen, ich teste jetzt hier erstmal noch ein bisschen Rum. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich eine Futter-Mische machen soll. Soll ich eine Futter-Mische machen? Einfach eine wurmige Futter-Mische? Wisst ihr was? Ich teste das einfach mal. Ich teste das mal mit der wurmigen Futter-Mische. Ich baue mir eine wurmige Futter-Mische zusammen. Und baller die raus. Denn ich habe ja hier schon jetzt Ergebnis. Knapp eine Stunde Ergebnis zusammengeangelt. Und teste dann jetzt einfach mal mit der Futter-Mische, inwieweit sich der Spot dann verändert. So, da ist sie zusammengebaut. Da hatte ich noch schön was rumliegen. Ich habe jetzt hier Leinsamen, gehackte Würmer, Mistwurm-Feed, Mistwurm-Feed, Amino, um das Ganze noch ein bisschen fetziger zu machen. Und dann nochmal Regenwurm-Extrakt genommen. Zack, rein damit. Und beziehungsweise raus damit. Das ballern wir jetzt raus. Mal gucken, wie weit das Ding fliegt. Okay, ich glaube ich könnte ein bisschen weiter werfen. Ja, so bis fünf vor ungefähr. Drei. Zehn Stück müssen raus. Zehn von den Bällchen. Und der Spot ist quasi aktiv. Also zehn Futter-Mischen. Und man hat einen aktivierten Spot. Jetzt habe ich gar nicht nachgezählt mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Komm, machen wir nochmal einen rein. So, und dann werfen wir nachher vielleicht so in den Morgenstunden nochmal ein bisschen was aus. Jetzt braucht es vielleicht noch ein bisschen, bis sich das aufgelöst hat und ein bisschen wirkt. Und ich mache hier den Clip nochmal wieder rein auf 15 Meter. Ja, das passt doch ziemlich genau. Noch mal einen Schritt nach hinten. Das passt doch ziemlich genau. 15 Meter reingeklippt. Und dann gucken wir mal. Wir haben jetzt hier Mistwurm dran. Mistwurm auch als Mische mitverwendet. Aber eben auch Regenwurm. Und im Idealfall funktioniert das würmige Gewurm. Funktioniert die Wurmmische. Ich hoffe es zumindest. Im schlimmsten Fall ist der Spot versaut. Aber er hat ja auch eigentlich ohne funktioniert. Von daher kann man jetzt eigentlich nur abwarten und gucken. Ich denke mal, das wird jetzt so drei, vier, fünf Minuten vielleicht noch ein bisschen dauern. Und dann ballert es im Idealfall gleich richtig rein. Na, gucke mal da. Es geht langsam los. Döbel auch wieder. Gerne mehr auch von den Döbeln. Die nehme ich doch auch gerne mit. Auch wenn es nicht zwingend der Zielfisch ist. Aber trotz allem Döbel gerne mitnehmen. Apropos Döbel. Aufpassen beim Döbel. Der zuppelt manchmal ganz kurz. Und dann liegt der. So wie jetzt hier zum Beispiel gerade. Wenn das so ist, dann auf jeden Fall mal gucken. Und hier sieht man es auch schon. Jawohl, die Schrift flackert. Keine Ahnung. Es ist halt immer noch so diese Macke im Game. Das können wir einfach ausnutzen. Die Schrift flackert nur dann, wenn der Fisch gebissen hat. Zack. 800 Gramm Rotauge. Kann man mitnehmen. Den müssen wir ein bisschen weiter werfen. Und dann geht es weiter. Tja, also. Es geht langsam los. Aber ich habe tatsächlich den Eindruck, es geht eher in den Morgenstunden. Beziehungsweise am Tag. Und irgendwie wird es jetzt gerade sehr rotaugig mit der Futtermische. Gucken wir mal, was jetzt hier noch so reingeht. Wenn es langsam, wenn es langsam hell wird. Keine Zerrten mehr. Es sind oder es wurden hier auch schon einige fette Zerrten gefangen. Aber bei mir bisher noch nicht so richtig. Ja gut. Es sind einige dabei. Die dickste mit 1,35 Kilo. Kann man machen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt gleich mal in den Kescher, was das Ganze so gebracht hat. Nichtsdestotrotz werde ich es hier doch noch ein bisschen weiter probieren. Weil die Stelle einfach gerade ganz geil ist. Und die Frequenz auch gerade am Tag richtig gut war. Alles was wurmig ist. Ich glaube eine Futtermische würde ich erstmal nicht nochmal machen. Hat ja auch ohne gut geklappt. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns eben am Shop. Und dann gucken wir, was das Ganze so gebracht hat. So, also, was haben wir denn jetzt hier? In Gänze. Gucken wir mal eben nach Preis sortieren. Wie gesagt, das Ganze ist natürlich jetzt hier mit zwei Angelsession entstanden. Das heißt, die einen sind schon ein paar Stunden her. In Gänze. Ja, die Zerte, die Große bringt natürlich ordentlich was mit 18 Silber. Aber auch die anderen sind gar nicht schlecht. Und tatsächlich auch die mittelprächtigen Barsche sind gar nicht so zu unterschätzen. 600 Grammar Barsch hier. 3, 4, 5 Silber. Das ist doch alles ganz okay. Also, haben wir hier in Gänze 137 Ocken. Das war von der Fangzeit her. Müsste jetzt so ein bisschen über eine Stunde gewesen sein. Genau. Vorher war das eine halbe Stunde. Jetzt irgendwie auch nochmal. Aber insgesamt, ich bin ganz zufrieden. Kunterbunt. Es geht alles wild rein. Futtermische braucht man nicht. Kann man sich sparen. Aber man kann hier schön ein paar Brocken rausziehen. Petri-Öl-Milz macht fettig die kleinen Fischis. Und dann schön sparsam auf die dicken, fetten Rollen mit Level 20 und 22 dann shoppen gehen. Bis zum nächsten Mal. Petri. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. uts –ips zum nächsten Mal. Tschüss. bias. ят.